oh man nur so wenig punkte sind wir immer noch nicht fertig jetzt müssen wir wieder fliehen ach gott das gibt es doch gar nicht ich will die maske ausziehen die juckt die mal und brennt in die karre steigen und fahren was hallo hallo schon etwas ganz anderes drunter eines der härtesten let's place in unserer geschichte mit der maske her wenn man auch ein vorteil wenn die nase läuft dann kann man das laufen lassen das würde sich bei mir alles in so einem in so einem dach sammeln und dann könntest du schön rausschlürfen lecker ja so wohin ja erstmal müssen wir eigentlich uns nur ein bisschen retten wir müssen ja nur warten hier vorne ist ein guter wartepunkt hier wo ich gerade die ammo hingestellt habe gut um die lasse ich mal vorliegen auswort schocker junge alter wie schnell der rennt wo sind die wo sind die da ist keiner ok ich sehe schüsse aber ich nehme mir lieber ammo mit bevor wir hier nicht mehr hinkommen doch wir bleiben da nachher wir haben da ja jetzt einen transporter ne die andere seite andere seite über das auto gleiten und das war nichts gut ist tot rüstung aufladen und oh mein gottes rucke die helme wegspicken ich habe es nicht gelesen ich konnte es nicht sehen in der minute so da ich mache das mal hier schon mal auf da wo die meistens kommen alles juckt hier ist echt was zum aufsperren was echt da ich mach doch aua seit ihr angeschissen angeschossen angeschissen au wo da unten knackeschloss wo ist der nächste da ist ruhig unser techniker ist ja noch nicht hoch genug beim level dass er die hohle ladung ja kommt ihr zu mir hier ist ja nicht letztes mal krepiert doch wir sind ja einmal krepiert nein nur du nein 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 ist das unser schau mal ja ich steh schon jetzt da safe zone yay das war easy mal gucken was wir bekommen wahrscheinlich gar nichts ja 8000 oder so naja das sieht nach sehr wenig aus ja 8000 für 3 tage das ist schon scheiße wenig das ist echt wenig ey ja wir sind ja auch auf normal ja wir sind ja auch auf normal ja wir sind ja auch auf normal level oh mein gott so ein fitzelchen ja dann mal ab zum nächsten tag was kommt jetzt ich muss mal trinken oh gott ich muss auch was trinken mit der maske schmeiß weg ach das war noch gar nicht der letzte tag was cool oh mein gott oh nein meine maske oh gott ja ja bereit das müssen wir noch durchhalten ach mein gott ich zieh jetzt gleich die maske aus nehmen wir was trinken oh mh lecker glück nasen nasensekret nasensekret aber wtf sterb 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 ah holger scharfschütze Wow, Rüstung aufladen, ey. Ui, geil. Immer schön geduckt gehen. Nein! Nein! Scheiß Zivilist. Das kann man doch gar nicht unterscheiden. Am besten erst angreifen, wenn die anderen nicht angreifen. Ah, bist du schon lange tot. Leck mich, Leute! Bam! Ja, vor allem sind hier auch so normale. Scheiß drauf! Äh, alles rausschmeißen. Los, los, go, go, go! Was, alles rausschmeißen? Wir müssen das Geld nehmen und jetzt erst mal aufs Fenster. Wow! Hier ist nämlich Explosive drin. Ah! Nein! Oh mein Gott! Ah, das brennt! Ach du Scheiße! Alter! Ich... Oh mein Gott! Nein! Nein! Berlin! Ah, nein! What the fuck is going on here? Jemand geholfen? Er will, ich kann es nicht sehen. Was zum Teufel! Raus! Raus! Ich komme nicht raus! Ah! Was ist das? Hallo? Komm mir mal jemand helfen! Hoxton! Hoxton! Fuck man! Wie komme ich denn hier raus? Ich wurde gefangen genommen. Nein! Oh nein! Hilfe! Hilfe! Wie komme ich denn aus diesem Farid zu? Was machst du da? Hoxton! Ich komme nicht raus! Ah, Hoxton! Du bist du! Er chillt im Feuer. Ah, du! Ah, du! Ah, du! Ah, du! Ah, du! Ja, komm, guck mal, Hoxton, ey! Hoxton voll am Chillen! Hoxton! Ich bin ganz schön draußen! Ja, das ist super! Uns geht's rum! Alter, das gibt's gar nicht, ey! Was ist das denn? Ohhhhhhhhhh! Der Kio! Nein! Oh mein Gott! Was macht der eigentlich?! Scheiße! Oh mein Gott! Das lief ja super! Nein! Das gibt's doch gar nicht, ey! Oh, geil! Abzug! Was war das für ne Scheiße? Da war jetzt C4 drin bei dem Geld! Warum ist der Bus jetzt explodiert? Weil C4 in dem Geld drin war! Alter! Man könnte irgendwie nur eine Tasche nehmen! Also wenn jeder gleichzeitig geöffnet hätte, hätten wir drei Taschen gelaufen können! Toll! Können wir das jetzt einfach wiederholen? Ja! Ich denke! Mal gucken, was jetzt kommt! Ich zieh jetzt erstmal meine Maske aus! Ja! Ja! Wir können's wiederholen! Hey! Ah! Oh! Oh Gott! Oh man! Move! Seid ihr bereit? Oh! Voll nass! Voll voll! Das ist alles nass in der Maske! Seid ihr bereit? Hallo? Ja! Ja! Bereit! Oh! Schluck! Oh! Ken! Ja! 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 Hallo! So! Ja! Wie machen wir das jetzt gleich? Einfach nur eine Tasche nehmen und egal? Oder? Boah! Krass! Ich kann was sehen! Übelst! Ich seh jetzt voll gut! Ah! Und so! Ich mach's jetzt auf dieselbe Art und Weise wie vorhin! Nur ohne... Ob ich jetzt sehen kann, ey! Krass! Töte die Ratte! Wer ist die Ratte? Wer ist die Ratte? Das ist jetzt hier die Parke! Du! Hoxen wahrscheinlich! Puh! Oh mein Gott! Die Ratte ist im Bus! Oder? Ja! Alter! Wie schnell die laufen! Zivilist getötet! Nein! Zivilist! Alter! Hier sind so viel Koffer! Du weißt ja gar nicht welche du aufmachen sollst! Ist mir scheißegal! Ich nehm jetzt eine! Raus! Raus! Hab ich jetzt auch einen? Oh mein Gott! Jetzt steht der Hoxton da voll drin! Egal! Was ist mein ganzes Gesicht nass? Los! Weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist hier los? Oh mein Gott! Da vorne liegt was! Hier liegt noch ne Tasche! Warum liegt eine Tasche? Hier ist noch eine! Warum liegt eine Tasche? Oh mein Gott! Nimm die mit! Mitnehmen! Kommt der Zivilist angejumped! Wow Präzision! 77%! Ja! Ist nicht schlecht! 1,15! Ja Shotgun halt! 25! Krass! Na Shotgun ist das normal! Eine Minute! Alles klar! Boah diese Maske ey! Ich glaub die zieh ich nie wieder an! Auch ne scheiß Idee! Das war richtig ne! Am Anfang was ich wusste! Oh! Krass! Was? Viele Punkte! Komm schon noch ein Level! Ja! Ja! Weiter! Na! Ich nehm die goldene Mitte! Natürlich! Ja! Dann schließe ich mich jetzt an! Oh! Mitläufer! Oh! Manni! 12.000! Ich hab ne komische Maske! Waffen-Mode! Du hast genau die richtige Maske für dich! Ja! Heulsuse! War's das? Wo bist du? Ach da bist du! Oh Gott! Ich bin da! Mahlzeit! Tab-Step! Tab-Step! Tab-Step-Röpser! Nimm zwei! So! War's das dann mit der heutigen... Was? So! Ist doch schon schon spät! Spät! Was? Wie bitte? Wie spät haben wir es denn? Keine Ahnung! 10 ab 10! Nein! Komm! Also ich bin ja dafür, dass wir jetzt noch den Nachtclub machen! Eben mal! Hatten wir den nicht letztes Mal? Ja! Die hatten wir doch letzte Runde schon! Ja! Aber... Bisschen Kohle kriegen! Richtig massig! Oder wir machen... Irgendwas anderes! Ne! Aufnahmepause! What? Ja! Ihr müsst das Bildmaterial dann nicht bearbeiten! Ne? Haha! Ja! So! Aufnahmepause! 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 Aufnahmepause!